Herzlich Willkommen in The Bold Club, hereinspaziert in die Manege der sexpositiven Community. So wie ihr seht, sind wir ein ganz normaler Lifestyle Club. Mit dem Unterschied, dass ihr bei uns die Maske des Tages ablehnen könnt. So seien, wie ihr wirklich seid und einfach nur Spaß haben. Also check it out, kommt bei uns jederzeit vorbei und genießt die Freiheit des Bold Clubs.